Hallo und willkommen bei Hardware Art. In diesem Video das Update des 1.600 Euro Gaming Computers, April 2014. Als Prozessor der Incel Core i7, 4770K mit 4x3,5 Gigahertz. Er hat einen Turbo-Takt von 3,9 Gigahertz, 84 Watt TDP, eine integrierte Grafikeinheit. Er hat einen freien Multiplikator, was bedeutet man kann ihn frei übertakten, und Hyper-Threading, das heißt jeder Kern hat zwei Threads, also ein theoretischer Achtkerner. Es ist derzeit einer der besten Prozessoren zum Zocken und sollte für Gamer die nächsten 3 bis 5 Jahre dicke ausreichen. Wenn er zu schwach wird, kann man ihn ja übertakten. Als Kühler der Be Quiet Darkwalk Pro 3. Es ist ein sehr sehr starker Kühler, er kann bis zu 250 Watt an Abwärme abführen, und mit ihm ist leises Betreiben und Übertakten möglich. Als Mainboard das MSI Z87 M-Power SP mit dem Intel Z87 Chipsatz. Es hat vier DDR3-Ram-Bänke, USB 3.0, SATA 3, PCI Express 3.0, ein 7.1 Soundchip. Es hat eine interne Audio-Verstärkung, einen sehr starken LAN-Chip extra für Gamer, und er ist zum Übertakten sehr gut geeignet. Und am I.O.-Panel einmal PS2, zweimal USB 2, sechsmal USB 3, zweimal HDMI und einen Display-Port für die integrierte Grafikeinheit des Prozessors, eine LAN-Buchse, einmal TOS-Klink und sechs 3,5mm-Klinken für den Soundchip. Dann als Arbeitsspeicher 16 GB Crucial Ballistic Sport, DDR3-1600 im CL9-Dual-Kit. DDR3-1600 und CL9 sind ziemlich flott, es ist ein Dual-Kit, was bedeutet man kann ihn im Dual-Channel-Modus betreiben. Und 16 GB sind der Zeit für Gamer fast schon übertrieben, also um den Arbeitsspeicher muss man sich fürs Erste keine Gedanken mehr machen. Als SSD die 250 GB Samsung 840 EVO, es ist eine sehr schnelle SSD und 250 GB reichen aus für das Betriebssystem, alle Programme und ein paar Spiele. Als Festplatte die 1 TB Seagate Desktop HDD, es ist eine überdurchschnittlich schnelle Festplatte und 1 TB sollen für die meisten unter euch dicke ausreichen. Und als Grafikkarte die 3 GB MSI GeForce GTX 87 Ti. Die GTX 87 Ti auf dem Standard-Takt ist nach der GTX Titan Black zusammen mit der R9 290X die stärkste Single-GPU-Karte auf dem Markt. Diese Version hier wurde stark übertaktet, was sie schneller als jede R9 290X oder GTX Titan Black macht. Trotzdem sollte sie noch sehr leise bleiben, dank dem sehr starken Twin-Fourcer-Kühler. Mit ihr sollte man dann alle derzeitigen Spiele auf den höchsten Einstellungen spielen können. Außerdem gibt es noch Daylight gratis dazu. Als Netzteil das 580 Watt Be Quite Straight Power E9. Es hat 80 plus Gold, was heißt es ist sehr energiesparend. Es hat Kabelmanagement, was bedeutet man kann die Kabel abnehmen, die man nicht mehr braucht. Und 480 Watt hätten zwar eigentlich auch getan, aber mit 580 Watt hat man dann noch Luft für zukünftige Systeme. Dann noch ein DVD-Brenner von Samsung. Und als Gehäuse das Corsair Carbide 400R. Es ist ein ziemlich schlichtes Gehäuse mit sehr viel Platz innen drin, aber natürlich dürft ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls das Video älter als 2 Monate ist, bitte in die Beschreibung schauen, dort auf den jeweiligen Link klicken. Dieser führt euch immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video.